Hallo, mein Name ist Justin. Ich mache meine Ausbildung zur Fachkraft für Metalltechnik bei Sololux. Generell in der Ausbildung lerne ich die Produktion kennen, die verschiedenen Abteilungen in der Produktion und die Produktionsverfahren. Aber ich lerne auch das Schweißen und zum Beispiel das Flexen oder das Umgehen mit der Bohrmaschine. Da lerne ich alles kennen. Beispielsweise auch in der Produktion Gummi einziehen und Verbinder festschrauben. Bei Sololux gefällt mir am meisten die abwechslungsreiche Arbeit. Also ich gehe ja grundsätzlich durch die meisten Abteilungen durch und so sehe ich auch zum Beispiel monateweise immer was anderes. Da lerne ich viele Leute kennen und auch immer neue arbeite. Das ist dann nicht ganz so eintönig. Das Team ist gut, man kommt mit den meisten Leuten sehr gut klar und man kann auch gut reden, man kann auch gut zusammenarbeiten. Mein Highlight bisher war, fand ich, die Azubifahrt, die wir zusammen gemacht hatten mit allen Auszubildenden und Jahrespraktikanten. Man lernt dann alle Auszubildenden näher kennen und unternimmt einen Tag was zusammen. Nach der Ausbildung könnte man zum Beispiel Lehrgänge weitermachen in der Fachrichtung oder man könnte auch einen Techniker oder Meister machen. Das war die richtige Entscheidung. Wir sehen uns auf wiederkehlt. Einer beweisst du Tag, bis zum nächsten Mal, und we 같assenen nächsten Mal. We watch so machen im 똑같 G点dorf, wir sehen unsplane auf. Thanks, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.